Ja, allihallo ich nochmal, ich habe jetzt nochmal eine andere Spule ausgelötet, vom Aufbau ist die identisch eigentlich, nur mit noch mehr Windung und mehr Draht und dicker und größer und ja, Ergebnis, 55 Volt, gut. Bei einer Stromaufnahme von 45 mA und diesen Ausgangsspitzen bei einem Regelbereich von 20 Volt Vollausschlag und mehr als Vollausschlag, weil ich kann hier rauf und runter drehen noch, ich kriege es nicht komplett dargestellt. Ja, das nenne ich mal eine schöne Schaltung. Bis dann, ciao, ciao.